Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Miriam Leuch bewusst leben. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist oder vielleicht das allererste Mal eingeschaltet hast. Heute geht es um das Thema Paardynamiken und diese Paardynamik bezieht sich auf romantische Paare, romantische Beziehungen, Partnerschaft. Darum soll es heute gehen, Paardynamiken in einer romantischen Partnerschaft. Denn das ist wirklich für die allermeisten Menschen ein Thema von großer Bedeutung. Denn entweder sind sie in einer Partnerschaft oder sie wünschen sich eine Partnerschaft oder sie lösen sich gerade eben aus einer Partnerschaft heraus. Das ist in der Tat immer wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch in meinen Coachings immer und immer wieder. Und ich frage mich auch, warum ich dazu noch nie eine Podcast-Folge aufgenommen habe. Aber heute ist es soweit. Heute spreche ich über Paardynamiken. Und hier soll es insbesondere um herausfordernde Paardynamiken gehen. Weil ja, insgesamt sind ja romantische Beziehungen, Partnerschaften, bieten ja ein großes Lern- und Entwicklungspotenzial. Und die Inhalte dieser Episode wollen unterstützen, Bewusstsein zu schaffen, für dich in welcher Paardynamik du dich vielleicht befindest in deiner aktuellen Partnerschaft oder ja, zu welchem Verhalten ihr in eurer Beziehung vielleicht tendiert. Und natürlich ist das ganz allgemein für alle Menschen, die sich für dieses Thema interessieren. Und es geht mehr darum zu erkennen, was ist der Status Quo und weniger darum, Lösungsvorschläge oder spezifische Methoden zu vermitteln. Dann will ich dir sehr gerne einen Überblick über den Inhalt geben dieser Episode. Und zwar schauen wir uns an die Frage, was ist überhaupt eine Paardynamik? Dann gefolgt von, welche Paardynamiken gibt es eigentlich? Was ist auch eine ungesunde Paardynamik? Da gehen wir ganz kurz, machen wir einen Schlenker zu negativen Konfliktverhalten. Das ist sicherlich für viele Menschen ein sehr, sehr wichtiges Thema. Insbesondere die Entwicklung einer konstruktiven Streitkultur oder überhaupt eine Streitkultur in einer partnerschaftlichen Beziehung zu entwickeln. Dann soll es darum gehen, um versteckte Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche, auch immer wieder ein heißes Thema in Beziehungen. Und dann wollen wir uns anschauen, welche Gründe gibt es eigentlich, warum Menschen in einer unglücklichen Beziehung bleiben. Da kommt ja manchmal auch die Frage auf so, vielleicht unter Freunden, Freundinnen in der Familie, vielleicht auch mit ArbeitskollegInnen, wenn es dann auch mal ein bisschen privater wird. Warum bist du eigentlich in dieser Beziehung? Wenn sich jemand öffnet, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden, dann ist ja oftmals die Frage so, hä, warum? Verstehe ich nicht, trenne dich doch. Das ist natürlich jetzt einfacher gesagt als getan. Du wirst jetzt hier auch sehen, welche Gründe es dafür geben kann, in einer solchen Beziehung zu bleiben. Und dann, was sind häufige Vorwürfe in einer Beziehung? Zum Abschluss habe ich auch noch Reflexionsfragen mitgebracht, damit es auch schön anregend ist, dass du für dich da noch mal tiefer einsteigen kannst. Genau, das sind die Inhalte, die dich erwarten. Dann steigen wir direkt ein mit der ersten Frage, mit dem ersten Punkt. Was ist denn überhaupt eine Paardynamik? Und da habe ich mal ein bisschen recherchiert. Ich habe auch viele Bücher dazu gelesen. Die empfehle ich dir natürlich auch zum Abschluss der Episode und verlinke die auch in der Infobox. Und es kann gesagt werden, dass eine Paardynamik sich darauf bezieht, auf die Wechselwirkung, die komplexen Wechselwirkungen, auf die Muster und Interaktionen zwischen den Partnern und Partnerinnen in einer romantischen Beziehung. Also Paardynamik beschreibt, wie sich zwei Menschen in einer Partnerschaft gegenseitig beeinflussen, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie Konflikte bewältigen, wie sie Intimität teilen. Ja, und einfach ihre individuellen Bedürfnisse und Erwartungen innerhalb der Beziehung ausdrücken. So, das ist das, was ich dazu gefunden habe, beziehungsweise das, was ich mit dir teilen möchte. Paardynamiken können positiv sein, sie können aber auch herausfordernd sein, schwierig sein. Und sie entwickeln sich aufgrund der jeweiligen Persönlichkeiten der Menschen in dieser Beziehung, welche Erfahrungen sie mitbringen, welche Werte, welche Verhaltensweisen. Das ist ja alles total unterschiedlich. Und die Paardynamik umfasst eine Vielzahl von Aspekten. Also einschließlich der emotionalen Bindung, dem Kommunikationsstil. Rollenverteilung spielt immer wieder eine Rolle. Konfliktmuster, Intimität, welche Wünsche gibt es da, welche Bedürfnisse. Welche gemeinsamen Ziele gibt es auch in einer Partnerschaft. Und natürlich individuelle Wachstumsprozesse. Also wo steht gerade eben jemand und wohin entwickelt sich eine von beiden Personen. Und ja, haben sie da eben einen gemeinsamen Weg, den sie beschreiten können. Wenn wir jetzt weiterschauen und zum zweiten Punkt kommen, welche Paardynamiken gibt es denn eigentlich, habe ich dir fünf Paardynamiken mitgebracht. Die sind nicht abschließend. Es werden weitere beschrieben, aber ich glaube, das ist ein ganz guter Abriss und ein guter Überblick, damit es auch nicht zu komplex und zu überwältigend wird. Und zwar sage ich dir einmal die fünf Paardynamiken, jetzt einmal die einzelnen Namen und dann gehe ich auf die einzelnen Dynamiken ein. Also als erstes gibt es die kooperative, dann als zweites gibt es die konfliktreiche, dann drittens die abhängige, viertens die distanzierte und fünftens die Dominanzunterwerfungsdynamik. So, was ist das jetzt alles so genau? Genau. Die kooperative Dynamik, da arbeiten, also wie der Name schon sagt, arbeiten beide Partner, PartnerInnen, wenn ich PartnerInnen sage, dann ist er gegendert, also PartnerInnen zusammen, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen oder gemeinsam an dieser Beziehung zu arbeiten, Zeit und Energie zu investieren, wie auch immer du das formulieren möchtest. Und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Sie unterstützen sich gegenseitig, es gibt auch eine gewisse Kompromissbereitschaft und die Kommunikation ist offen und respektvoll. Also beide PartnerInnen fühlen sich gehört und verstanden. Das ist der Kooperatoren, die kooperative Paardynamik. So, jetzt habe ich es. Also, dann als zweites gibt es die konfliktreiche Dynamik und die ist sicherlich schwierig, herausfordernd, denn in dieser Dynamik gibt es eben, wie der Name schon sagt, häufig Konflikte und Auseinandersetzungen. Und die Kommunikation kann aggressiv sein oder auch defensiv sein. Es gibt einfach Schwierigkeiten, Kompromisse zu finden und es fehlt sehr oft an Verständnis und auch manchmal an Respekt für die Bedürfnisse und Gefühle des anderen. Dann, wenn wir weiterschauen, die abhängige Dynamik. In einer abhängigen Dynamik ist ein Partner oder eine Partnerin emotional oder anderweitig, also kann ja zum Beispiel auch finanziell sein, von der anderen Person abhängig. Und ein Partner, eine Partnerin kann sich unsicher fühlen und ständig Bestätigung oder Zustimmung von der anderen Person suchen. Also, es kann und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein Ungleichgewicht in der Macht und auch Entscheidungsfindung besteht, wer was zu sagen hat. Und dieses Ungleichgewicht, das führt also sehr, sehr häufig zu Spannungen und auch zu Konflikten, zu Auseinandersetzungen. Dann als viertes die distanzierte Dynamik und dabei geht es um eine emotionale Distanz zwischen den PartnerInnen. Und die Kommunikation kann begrenzt sein und es kann Schwierigkeiten geben, sich emotional zu öffnen oder Intimität herzustellen. Ja, jeder Partner oder jede Partnerin kann sich jeweils isoliert fühlen oder auch vernachlässigt, was dann wiederum zu einer Entfremdung führen kann. Das ist so grundsätzlich ein ganz kurzer Abriss zur distanzierten Dynamik. Und dann zum Abschluss noch die Dominanz-Unterwerfungsdynamik. Dabei ist es so, dass eine Person dominanter ist und kontrollierender ist, während die andere Person sich unterwirft und nachgibt. Wenn wir das jetzt so schwarz-weiß zeichnen wollen, da gibt es sicherlich auch noch viele Graustufen dazwischen. Und es gibt eben ein Ungleichgewicht in der Machtverteilung. Und der dominante Partner oder die dominante Partnerin trifft oft alleine Entscheidungen. hat das Sagen in dieser Beziehung. Und das kann zur Unterdrückung und zur Mangel der Autonomie und auch zur Frustration beim anderen Partner, bei der anderen Partnerin führen. Und bei all dem, was ich jetzt hier mit dir geteilt habe, geht es natürlich darum zu beachten, dass Paradynamiken komplex und vielschichtig sind. Und dass das jetzt hier Kategorien sind, Einordnungen, um zu verstehen, okay, welche Paradynamik gibt es denn, um darüber zu sprechen, um für sich selbst auch zu erkennen, in welcher Paradynamik befinde ich mich vielleicht gerade eben aktuell oder in welcher Paradynamik habe ich mich auch schon befunden. Und das sind jetzt hier sehr abgegrenzte Beschreibungen. Es gibt ja, wie gesagt, noch viele Nuancen und Abstufungen. Und du kannst mal für dich überlegen, ob dir vielleicht eine Dynamik bekannt vorkommt, ob du die Kenntnis selbst schon erlebt hast, erfahren hast, vielleicht aber auch in deinem Umfeld beobachten kannst. Wie zeigt sich diese dann ganz genau, vielleicht auch in welchen Situationen oder in welchen Phasen. Und wie gesagt, es muss gar nicht so klar schwarz-weiß abgegrenzt sein. Aha, okay, das ist genau die Dynamik und so und so. Sondern dass es vielleicht so ein Mix ist aus verschiedenen Aspekten und Anteilen von den Dynamiken, die ich beschrieben habe. Und dass es da Abstufungen gibt auf der Skala von ganz extrem bis zu sehr, sehr milde. Und das finde ich eine ganz interessante Reflexion, da mal reinzugehen und das für sich zu untersuchen. Und wenn du dir das jetzt so angehört hast mit dem, was ich beschrieben habe, da gibt es ja schon einige Aspekte, die sicherlich schwierig und herausfordernd sind. Es gibt auch wirklich ungesunde Paardynamiken zum Beispiel, wenn es Gewalt gibt oder wenn es wirklich so um Co-Dependence geht. Also um, wie sagt man das denn auf Deutsch? Co-Depend? Naja, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Oder auch toxische Beziehungen, wobei das heutzutage auch recht inflationär verwendet wird, dieses Wort. Ich will jetzt aber da noch nicht weiter reingehen. Das meine ich nicht, wenn ich von herausfordernden Paardynamiken spreche, also von Gewalt, Co-Abhängigkeit und Toxizität, sondern eher, dass es Konflikte geben kann und dass es vielleicht auch mal so Distanz- und Nähe-Thematiken gibt, dass ein Partner, eine Partnerin dominanter ist und dass es dann Unzufriedenheit bei der anderen Person gibt. Ja, aber dass das alles sich in einem gewissen Rahmen hält und nicht zu extrem wird. Und ich finde das ganz interessant, weil ich immer wieder höre, also im beruflichen Kontext, im Coaching, aber auch im privaten Umfeld und reflektiere und spreche da mit Menschen darüber, dass sich sehr viele Menschen, ja, also eine harmonische Beziehung wünschen. Ja, das ist natürlich ein legitimer Wunsch, dass daran aber geknüpft ist, dass das so ein Indikator ist für eine, in Anführungsstrichen, gute und gesunde Beziehung. Ah, wir verstehen uns immer so toll, wir sind immer einer Meinung, es ist alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Da werde ich ja schon ein bisschen hellhörig. Ihr wisst ja aber auch, dass ich sehr gerne streite mit Personen, zu denen ich Vertrauen habe, wo ich mich sicher fühle, aber ich mag das richtig. Ja, und dann gewittert es mal ordentlich, dann kommt mal hier, wird mal ein Tacherl das Gerede, dann kommen die Karten auf den Tisch so und dann kann man das wirklich neu mischen, eruieren und verstehen und einfach erkennen, ah, okay, da stehst du, da stehe ich und dann kann es ja weitergehen, einen Kompromiss zu finden, eine Problemlösung. Aber dafür darf es ja vorher auch mal im Karton rappeln, sage ich jetzt mal, aber das ist, wie gesagt, meine Perspektive darauf. Ich finde es aber interessant, dass viele Menschen den Wunsch haben, ah, es soll immer die Sonne scheinen, immer harmonisch sein und dass sie da unbewusst vielleicht auch so Themen, schwierigen, herausfordernden Themen aus dem Weg gehen, dass sie vielleicht auch sagen, ah, okay, gut, nee, dann spreche ich das nicht an und dann über die Zeit, über die Jahre kumuliert sich das dann auch und irgendwie gibt es dann schon noch eine Frustration, ein Ärger, aber nee, dann so psychodynamisch sagt man dann, es gibt dann so Aggressionshemmungen, das wird dann nicht rausgelassen, es wird dann unterdrückt und dann gibt es dann so passiv-aggressive Sprüche und Sticheleien und dann wird provoziert, ja. Das ist natürlich sehr interessant, auf die eigene Kommunikation zu achten, wie sprichst du in der Partnerschaft mit deinem Partner, deiner Partnerin und gibt es vielleicht solche Momente und, ja, wie stehst du zum Thema Streiten? Habt ihr eine Streitkultur in eurer Beziehung? Habt ihr das bewusst und aktiv entwickelt beziehungsweise seid ihr darüber im Gespräch? Also kommuniziert auf so einer Meta-Ebene, hey, im letzten Konflikt-Streitgespräch ist mir das und das aufgefallen, also wenn sich die Bogen auch so ein bisschen geglättet haben, aber das ist wirklich sehr unterstützend und hilfreich für diese Kommunikation in einer partnerschaftlichen Beziehung. Da will ich auch gerne noch einen Schlenker machen, ich hatte es ja am Anfang auch angekündigt, zu negativen Konfliktverhalten und wie sich das zeigen kann. Da habe ich jetzt einige Punkte mitgebracht und du kannst einfach mal für dich reinspüren, wo du dich vielleicht erkannt fühlst, wo du sagst, oh ja, das kenne ich doch. Genau, also, negatives Konfliktverhalten, was da Teil sein kann, Schuldzuweisungen. Schuldzuweisungen, dass PartnerInnen sich gegenseitig die Schuld geben und das kann wirklich zu sich wiederholenden und auch destruktiven Streitigkeiten führen. Denn sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben und sich anzuschuldigen, das führt ja nirgendwo hin. Das löst ja den Konflikt nicht. Was es dann auch noch gibt, ist Schweigen und Vermeiden. Also, dass eine Person sich zurückzieht, sich dem Gespräch entzieht, vielleicht auch mauert, nicht bereit ist, zu reden, also Konflikten aus dem Weg zu gehen oder also Themen zu ignorieren, sich emotional zurückzuziehen, da nicht mehr im Gespräch zu sein. Und das nennt man oft auch Silent Treatment, dass eine Person sich zurückzieht und schweigt und dann wird oftmals so formuliert, ich gebe dir das Silent Treatment. Und es ist ja auch damit verbunden, die Bedürfnisse der anderen Person zu ignorieren. Und das kann natürlich schon eine explosive Mischung sein oder zu sehr viel Frustration oder Ärger führen oder wie auch immer. Dann als weiteres negatives Konfliktverhalten Kritik und Abwertung und damit ist jetzt nicht konstruktive Kritik gemeint, sondern so ein Nörgeln und Meckern gehört ja im weitesten Sinne auch zu kritisieren, würde ich jetzt mal sagen. Aber so ein Abwerten oder vielleicht auch Herabsetzen, das kann durch so Sprüche passieren, anderen Sticheleien und solche negativen Äußerungen können natürlich schon wirklich das Selbstwertgefühl der anderen Person beeinträchtigen und auch das Vertrauen in einer Beziehung untergraben. Und ich glaube, für sehr, sehr viele partnerschaftliche Beziehungen ist das ein Thema. Kritik und Abwertung oder Kritik, auch so ein Meckern und Motzen und Nörgeln, so ein Unterschwelliges, so passiv-aggressiv. Ich glaube, das ist für ganz, ganz viele Menschen ein Thema, weil sie nicht gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen, über ihre Bedürfnisse zu sprechen, das klar und auf den Punkt wertschätzend zu kommunizieren und so, ja, einfach so eine Gesprächskultur zu entwickeln. Also das sind jetzt mal ganz grob drei negative Konfliktverhalten, die ich dir jetzt mitgebracht habe. Es gibt noch viele mehr, aber ich glaube, das sind so die häufigsten. Wenn wir jetzt weitergehen zum vierten Punkt, versteckte Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche, ist ganz interessant, darüber zu nachzudenken, zu reflektieren. Denn Menschen bringen, bewusst und unbewusst, gewisse Wünsche und Bedürfnisse, Ansprüche mit in eine Beziehung, auch Muster. Es ist ja immer sehr interessant, da im Gespräch zu sein mit Menschen, die sich aus einer Partnerschaft herausgelöst haben, weil es da eben Schwierigkeiten gab, Differenzen, und dann dieselben Schwierigkeiten und Differenzen in einer neuen Partnerschaft wieder auftreten. Und das eben Muster sich über Partnerschaften hinweg fortführen. Und das sind ganz oft sich wiederholende Muster, die sich von einer frühkindlichen Prägung ableiten, auch was zu Hause erlebt wurde, wie haben wichtige Bezugspersonen, die Eltern, ihre Beziehung geführt, ja, wie bin ich aufgewachsen, wie wurde ich geprägt. Und das ist natürlich mega spannend, sich damit einfach mal zu beschäftigen, dass du dich mal damit beschäftigst. Und das können ja ganz unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse und Ansprüche sein. Ich habe mal für dich einige Punkte mitgebracht. Das kann zum Beispiel sein, ich will, dass du mich liebst, so wie ich dich liebe. Oder, ich bin lieb und nett, bitte liebe mich dafür. Oder ein Muster kann sein, ich verlasse dich, bevor du mich verlässt. Oder, ich will diejenige, derjenige sein, derjenige welche sein, I want to be the one. Ist auch so interessant, diese Formulierung von the one. Und was gibt es denn da noch? So, der Prinz auf dem Pferd, wie heißt denn das? Naja, du weißt, was ich meine. Oder auch, ich weiß gar nicht, was ich wirklich will. Und dass es dann immer so ein Hin und Her gibt. Gerade eben bezüglich dem letzten Punkt ist es sehr, sehr interessant, sich mal die Bindungstypen nach Bowlby anzuschauen. Also, der schreibt sich B-O-W-L-B-Y, falls du das jetzt hier direkt googeln möchtest und seine Bücher lesen möchtest. Der hat verschiedene Bindungstypen beschrieben. Und das ist sehr erkenntnisreich, dafür sich selber mal zu reflektieren, welcher Bindungstyp bin ich eigentlich. Und verschiedene Motive in partnerschaftlichen Beziehungen können sein, ich will dich retten oder ich will Mitleid, ich bin das Opfer oder bitte glaube mir, wenn sich Menschen immer und immer wieder erklären für ihre Entscheidungen, für ihr Verhalten oder nimm mich, also dass sie sich auch in einer gewissen Art und Weise erniedrigen, um gewählt zu werden, um gesehen zu werden, um geliebt zu werden, um anerkannt zu werden. Oder, dass es auch so ein Muster gibt, das wird schon gut werden und immer an das Gute glauben und sich selbst dafür in gewisser Art und Weise aufzugeben. Und das ist natürlich schon auch eine intensive Arbeit, sich damit, sich selbst zu beschäftigen. Vielleicht ist das auch nur bis zu einem gewissen Grad möglich, sich da selbst zu reflektieren und dass es da hilfreich ist, oder es ist auf jeden Fall hilfreich, da Feedback und Impulse von außen zu bekommen. Gerade eben für partnerschaftliche Beziehungen wird sicherlich eine Form von Coaching oder Therapie gut sein. Also grundsätzlich bin ich dafür, das alles mal so zu durchleuchten für sich selbst, aber auch in partnerschaftlichen Beziehungen, um zu erkennen, welche Muster, in welchen Mustern leben wir in dieser Beziehung und wie hat sich das entwickelt. Dann will ich gerne weitergehen zum fünften Punkt, warum Menschen in einer unglücklichen Beziehung bleiben. will da gerne fünf Gründe mit dir, fünf mögliche Gründe mit dir teilen, denn das ist natürlich schon gerade eben für Außenstehende ja manchmal auch ein Rätsel, hatte ich ja am Anfang auch schon angerissen, dass von außen kann man das eh nochmal anders betrachten, aber dass es manchmal wirklich so ist, so dieses, hä, das verstehe ich jetzt nicht, warum diese zwei Menschen zusammenbleiben. Und ein Grund ist zum Beispiel Angst vor Veränderung. und es klingt jetzt vielleicht erst einmal so banal, aber das ist wirklich etwas, was nicht nur in partnerschaftlichen Beziehungen vorkommt, sondern auch für Einzelpersonen, dass Angst vor Veränderung, dass sie immer wieder die gleichen Entscheidungen treffen, immer wieder das gleiche Verhalten zeigen, weil sie Angst, ja, vor der Veränderung haben, vor dem, was dann kommen kann, was dann passieren könnte, dass sich etwas ändert, dass sie sich in so einem Spannungsfeld bewegen, ja, ich will, dass sich etwas verändert, aber irgendwie will ich es auch nicht, ja, ein Teil von mir möchte das auch nicht, also bleibe ich da, das, was ich kenne und nehme das, was ich kenne und verhaare so in diese Situation. Ein weiterer Grund, in einer unglücklichen Beziehung zu bleiben, sind familiäre Verpflichtungen, auch Kinder, ja, das ist oftmals ein großes Thema für Menschen, dass sie, ja, in einer Beziehung bleiben, in der sie unglücklich sind, einer oder beide unglücklich sind, du wirst das sicherlich auch schon gehört haben, ja, der Kinder wegen sind wir zusammengeblieben oder bleiben wir zusammen, ja, das ist natürlich wirklich eine schwierige Situation, wo eine externe Person mal drauf schauen sollte, ist das denn wirklich so sinnvoll, das kann natürlich nur die jeweilige, das können nur die jeweiligen PartnerInnen für sich eruieren und diskutieren und herausfinden, aber ich glaube, an dem Punkt ist es wirklich sehr hilfreich, externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, da mal drauf zu schauen, das zu besprechen, zu gucken, ist das wirklich die beste Lösung, ist das wirklich der Weg, den wir gehen wollen, ist das für uns als Paar der richtige Weg, ist das für die Kinder der richtige Weg, das ist natürlich schon ein rechtes komplexes Gefüge, das es da auseinander zu dividieren gilt. Dann, was weitere Gründe sein können, geringes Selbstwertgefühl, zum Beispiel Gedanken, ja, ich finde keine andere Person, die mit mir zusammen sein möchte und ja, auch trotz der Frustration und dem Unglücklichsein, ja, keine Ahnung, das ist besser als nichts oder hat doch die Person, gibt mir doch etwas und wenigstens ein bisschen Anerkennung als gar keine Anerkennung, das kann ein Grund sein und auch anknüpfend an den ersten Punkt, wo es ja um Angst vor Veränderung geht, kann ein Grund sein, Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Veränderung und wenn ich, ja, es wird sich ändern und wenn ich dies mache oder dies tue, wenn ich das sage oder wenn wir das machen oder in den Urlaub fahren oder keine Ahnung, in dieses Haus ziehen oder umziehen oder Kinder bekommen, was auch immer, dann wird es sich verändern, dann werde ich nicht mehr unglücklich sein, vor allem ist ja auch interessant, werde ich nicht mehr unglücklich sein, das bedeutet aber nicht, dass ich dann glücklich sein werde und als letzter Grund finanzielle Abhängigkeiten, das kann auch etwas sein, ein Grund, warum Menschen in einer unglücklichen Beziehung bleiben. Dann als letzter Punkt, bevor wir zu den abschließenden Reflexionsfragen kommen, möchte ich noch mit dir teilen, was häufige Vorwürfe in einer Beziehung sein können. Das hängt sicherlich zusammen auch mit dem Konfliktverhalten oder worum es Streitigkeiten gibt in einer Beziehung, wo es Stürme gibt und was da immer wieder auf den Tisch kommt. Und der erste Punkt, der mir da eingefallen ist, ist mangelnde Unterstützung, also dass PartnerInnen sich gegenseitig Vorwürfe machen, dass sie sich nicht ausreichend unterstützt fühlen, in welchem Lebensbereich auch immer. Ja, das kann sich auf emotionale Unterstützung beziehen, aber auch auf Haushaltsaufgaben oder auf Kindererziehung oder auch auf Karriereziele. Das kann wirklich total unterschiedlich sein. Und eine Person kann eben der anderen vorwerfen, nicht genug Zeit oder Aufmerksamkeit oder auch Verständnis zu geben. Das würde ich jetzt alles so unter dem Punkt mangelnde Unterstützung zusammenfassen wollen. Dann als zweiter Punkt, Kommunikationsprobleme. Kommunikation ist ja eh generell im Leben super wichtig, wie ich finde. Dann schließt das natürlich eine partnerschaftliche Beziehung nicht aus und dass es darüber Vorwürfe gibt, dass ein Partner oder eine Partnerin nicht gut zuhört oder nicht klar genug kommuniziert oder nicht angemessen auf die eigenen Bedürfnisse oder Probleme eingeht oder reagiert, dass es da Missverständnisse gibt, einander vorbeigeredet wird, fehlende Klarheit, um dann auch wirklich so Situationen aufzulösen, Probleme anzugehen, Wege zu finden. Das findet ja natürlich über Kommunikation statt. Und da auch immer wieder für sich zu gucken, wie kommuniziere ich, welchen Kommunikationsstil haben wir in unserer Partnerschaft, das ist sehr, sehr erkenntnisreich und wirklich, also einer der Schlüssel überhaupt, würde ich jetzt mal sagen. Dann kann es Vorwürfe geben in Form von Du vernachlässigst mich, also ein Vorwurf, Du vernachlässigst mich, ja nicht ausreichend Zeit miteinander zu verbringen oder auch fehlende Intimität oder das Gefühl nicht genug Aufmerksamkeit oder Zuneigung zu erhalten. Das kann sich alles ja auf Vernachlässigung beziehen, also dass das Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit nicht ausreichend erfüllt wird und dass das vorgeworfen wird. Dann als vierter Punkt kann es Vorwürfe geben in Bezug auf Unzufriedenheit in der Sexualität, also dass ein Partner oder eine Partnerin unzufrieden ist mit dem Sexualleben das kann sich ja auf mangelndes Interesse beziehen oder auch sexuelle Zurückhaltung oder ein Unverständnis für die Bedürfnisse, die geäußert werden oder dass die vielleicht auch abgelehnt werden, ja dass es da einfach Unterschiede gibt in der sexuellen Präferenz und dass all das zu Unzufriedenheit mit dem Sexualleben in einer Partnerschaft führen kann, dass es für viele Menschen sicherlich auch schwierig ist überhaupt offen zu kommunizieren was ihre Bedürfnisse sind, dass sie da vielleicht auch in gewisser Art und Weise geprägt wurden durch Gesellschaft und Medien auch Rollenverteilung wie habe ich mich in einer bestimmten Rolle in einer Beziehung zu verhalten oder in einer ja in der Sexualität was habe ich da zu tun, was habe ich nicht zu tun und dass es schwierig sein kann für Menschen darüber zu sprechen und das zu teilen dann als letzter Punkt können finanzielle Angelegenheiten zu Vorwürfen führen also Geld und Finanzen dass das häufig zu Schwierigkeiten kommen kann sich gegenseitig zu beschuldigen mit dem Geld unverantwortlich umzugehen oder zu viel auszugeben oder wofür hast du das denn ausgegeben ja dass Prioritäten anders gesetzt werden als das eine Person macht und die andere Person macht das anders und dass es einfach unterschiedliche Einstellungen zum Thema Geld grundsätzlich gibt oder zum Umgang mit Geld und das kann zu Konflikten führen und auch zu Vorwürfen und bei all dem ist es wirklich diese Vorwürfe in einer Partnerschaft die sind ganz oft Ausdruck von ungelösten Konflikten und unerfüllten Bedürfnissen oder von emotionaler Frustration also manchmal entlädt sich das auch an so einem Thema und eigentlich geht es um was ganz anderes das ist auch ganz spannend da mal hinzuschauen aber insgesamt mit diesen Vorwürfen was sind auch so Themen die immer wieder auf den Tisch kommen und geht es wirklich darum oder geht es vielleicht um etwas ganz anderes genau dann sind wir jetzt am Ende oder fast am Ende dieser Episode angekommen ich hatte ja schon angekündigt dass ich Reflexionsfragen für dich mitgebracht habe und du kannst die jetzt einmal für dich komplett durchhören oder du kannst auch nach jeder Frage pausieren je nachdem in welchem Kontext du das jetzt anhörst und Kapazitäten hast da direkt rein zu gehen oder ja dass du dir erst einmal alle Fragen einmal anhören möchtest einen Überblick verschaffen möchtest du dann vielleicht bei einer hängen bleibst und sagst so okay darüber will ich nachdenken genau du machst das einfach so wie es für dich passt gut dann sieben Fragen habe ich insgesamt mitgebracht starten wir jetzt direkt rein die erste Frage wie würdest du deine derzeitige Beziehung beschreiben und was sind die wichtigsten Herausforderungen mit denen du konfrontiert bist zweite Frage wie sieht ein idealer Tag oder eine ideale Woche in deiner Beziehung aus dritte Frage wie gestaltet sich die Kommunikation zwischen euch fühlst du dich gehört und verstanden gibt es bestimmte Muster oder Probleme in eurer Kommunikation vierte Frage wie gehst du mit Konflikten um und wie werden sie in deiner Beziehung gelöst gibt es Muster oder Themen die immer wieder zu Konflikten führen fünftens wie sieht es mit der Intimität und dem Sexualleben in deiner Beziehung aus gibt es Bedenken Unzufriedenheiten oder Schwierigkeiten in diesem Bereich sechstens wie werden Entscheidungen in deiner Beziehung getroffen gibt es ein Gleichgewicht in der Macht Verteilung oder besteht ein Ungleichgewicht siebtens wie verbringt ihr gemeinsame Zeit miteinander gibt es gemeinsame Interessen Hobbys oder Rituale die eure Verbindung stärken so das waren die sieben Reflektionsfragen und will dich an dieser Stelle gerne auf die Bücher Buch Empfehlungen hinweisen die du in der Infobox findest ich habe da einige zusammengetragen die ich sehr wertvoll und erkenntnisreich finde die ich in meiner Recherche zu Rate gezogen habe und da diese Episode vorbereitet habe also ist wirklich ganz ganz viel dabei und insgesamt ist in dieser Episode einfach super super viel mit dabei also es ist wirklich hier knackiger Inhalt ja ich bin ganz sicher dass du da einiges für dich mitnehmen kannst dass da einige anregende Impulse für dich dabei waren tiefer reinzugehen nachzudenken ins Gespräch zu kommen das würde ich mir natürlich wünschen wie ich auch am Anfang gesagt habe dass Bewusstsein geschaffen wird für dich für deine Paardynamik und dass du einfach dich mit diesem Thema intensiver auseinandersetzt genau dann danke ich dir sehr fürs Zuhören ich wünsche dir wie immer alles Gute und wir hören uns dann in der nächsten Episode Hüter Amen.